hallo ich bin der tino von alpha shooters und ich zeige euch heute die magnum research desert eagle in der neuen beschichtung case härtenet magnum research hat die varianten der desert eagle um ein modell erweitert dieses modell nennt sich case härtenet und hat einen ganz speziellen farbton unsere waffe ist im modell 44 magnum ist aber auch ein 357 magnum oder der gigantischen 50e erhältlich